Unsere Regeln sind unser Halt. Wenn wir uns an unsere Regeln halten, dann werden wir überleben. 513. Wir können wir langfristig nicht durchbringen. Die Leute sind hier aus einem einzigen Grund, dass sie nicht infiziert werden. Wir brauchen mehr Ressourcen. Die gibt's nur am Festland. Auf dem Festland gibt's gar nichts mehr außer Krankheit und Tod. Papa, da war ein Junge. Sie hat mir vorhin nur Schiffe erzählt. Mit einem Labor drauf. Du weißt ja. Die Leute vom Festland erzählen ja alles, um auf die Insel zu kommen. Bereust du, was wir damals getan haben? Es könnte ja der Durchbruch für unsere Forschung sein. Wo kam der her? Wir brauchen mehr davon. Doktor! Es geht los! Du musst ihn von dem Boot nehmen. Ich denke gar nicht dran. Wenn wir selbst zufrieden sind, holen uns die Zahlen ein. Siehst du das? Ich bin auf 511. Platz 530. Verdammte Scheiße, ich krieg keine Luft mehr. Unsere alle macht dann mit, weil ihr es immer tut. Was ist hier los? Wir sind doch keine Tiere! Wir sind doch keine Tiere! Das Anchor war ja meinenonge. Ich bin mich nicht allí. Wo ist das nicht chartisch?